Hallo zusammen, ich grüße euch im Namen des Herrn Joshua Maschia, unser Herr, unser Elohim, Alleluja. So, wir sind wieder auf der Sendung, die Stunde der Wahrheit, auf unserer Internetseite, zurück zum Wort. Wir sagen die ganze Gemeinde, zurück zum Wort, zurück zu Joshua Maschia, Alleluja. So, wir sind heute, 19. Februar 2023, und wir hatten am 11. Februar eine Konferenz in Frankfurt. Es ist wirklich richtig, es war so eine schöne Zeit zusammen, wir wurden alle ermutigt, und ich grüße die ganze Gemeinde in Deutschland, alle Geschwister, überall in Deutschland. Wir wurden alle richtig, richtig, richtig ermutigt, Halleluja. Da sind Leute von, also aus vielen Ländern aus Europa gekommen, aus Frankreich, aus Belgien, Schweiz, aus der Schweiz, sogar aus England, also aus Ukraine auch. Also wir, wir wurden also richtig ermutigt, Halleluja. So, ja, zurück zu unserer Sendung, unser Thema heute. Ich lasse mich also wirklich leiten, ich möchte gerne, was, ich möchte uns also alle ermutigen, aber wo, wie ich anfangen soll, weiß ich nicht. Ich bitte, dass der Herr mir einfach, also den Weg, mir einfach den Weg zeigt, Halleluja. Joshua Maschia, ich danke dir, Joshua, danke für dein Wort, danke für alles, was du in unserem Leben tust, Joshua Maschia. Herr, leg deine Worte in meinen Mund, und Joshua ermutigt uns alle, im Namen Joshua Maschia. Amen. So, Halleluja. Wo soll ich denn anfangen? Gestern hatten wir, also Samstag, 18. Februar, hatten wir für die Erwirkung in Deutschland gebetet. Wir beten, dass die Erwirkung in Deutschland kommt. Aber warum? Warum beten wir überhaupt, also für die Erwirkung? Was wollen wir überhaupt damit erreichen? Also wir sehen alle, dass die Gemeinde, die christliche Gemeinde, also ziemlich, also meiner Meinung nach, nicht gut geht. Und diese Welt geht auch wirklich nicht gut. Wir sehen also, dass die Sünde immer wächst, immer wächst, immer wächst, dass die Leute sich also von dem Herrn immer und immer entfernen. Die Welt, diese Welt wird immer böse und böser. Aber die Bibel sagt uns, also, dass wir einen Retter haben. Unser Retter ist Joshua Maschia, Jesus Christus. Jesus Christus ist unser Retter. Die Welt hat anscheinend keine Lösung von Friede. Die Bibel sagt uns, Joshua Maschia hat uns gesagt, ich gebe euch Friede, nicht wie die Welt. Weil hier in dieser Welt, also wenn wir Friede haben wollen, heißt es also, dass wir gewissen Wohlstand erlangen wollen. Dass wir keine Probleme, dass wir keine Schwierigkeiten, dass wir, und so viele Sachen, so viele Parameter müssen da sein, um diese sogenannte Friede zu bekommen. Also, aber Joshua sagte, ich gebe euch Friede, nicht wie die Welt, Friede. Halleluja. Aber, wenn wir die Gemeinde, wenn wir die krisische Gemeinde in Europa oder dieser ganzen Welt sehen, vor allem hier in Europa, vor allem hier in Deutschland, dann sehen wir ganz klar, dass die Gemeinde, die Kirche einfach keine Lösung hat, anscheinend keine Lösung hat. Weil die Gemeinde selber auch krank ist. Die Gemeinde, die Kirche selber auch in der Sünde lebt. Schauen wir mal, also, was hier passiert. Es ist sehr, sehr schwer, sogar so richtige, echte, wahre Christen auch zu finden. Ich sage nicht, also, dass wir besser als viele, also, dass wir die Besten sind oder sowas. Nein, aber es ist offensichtlich, also, dass die Kirche in Deutschland krank ist. Und somit, also, wir beten für die Erweckung, dass die Menschen, Jesus Christus, Joshua, Maschia erfahren, dass die Menschen von Jesus, von Joshua berührt werden, um ihr Heil zu bekommen. Was sagt uns Joshua, Maschia? Joshua sagt, er kommt wieder und er kommt für seine Gemeinde, er wird seine Gemeinde holen. Aber, also, wir, jedes Mal, wenn wir versuchen, also, mit Leuten von dem Herrn, also, wir wollen von Joshua erzählen und so, und wir werden immer und immer wieder, wie sagt man das, also, wir haben das Gefühl, dass wir an die Mauer gehen. Wir fahren also an die Mauer, wir treffen Leute, die sich sogar als Christ bekennen, aber nehmen nicht das ganze Wort. Also, darum ist die Kirche heute, die Gemeinde, die Christische Gemeinde krank. Was bedeutet, was heißt das, also, wenn eine Kirche, wenn die Christische Gemeinde nicht mal akzeptiert, also, was Joshua gelehrt hatte? Seine Lehre wird nicht mal angenommen. Viele glauben nicht, also, was er gesagt hatte. Also, wenn ich also zum Beispiel in die Bibel gehe, in Matthäus Kapitel 28, gehen wir ganz am Ende. Joshua sagte, also, Joshua sagte, Vers 19, So geht nun hin und macht zu Jünger alle Völker und tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie alles halten, was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an das Ende der Weltzeit. Amen. Joshua, Jesus Christus, also hat hier gesagt, dass die Jünger, die Jünger sollten in die Nationen gehen und die Nationen auch jünger machen. Und die sollten die Nationen, die Menschen, alle Menschen, die sie treffen, einfach das Wort weitergeben. Was sollten sie also weitergeben, was sie von dem Herrn bekommen hatten? Er sagt ganz klar hier, Lehrt sie alles halten, was ich euch befohlen habe. Halleluja. Also, das bedeutet, dass die Jünger, die Jünger Jesu Christi, also Joshua, Maschia, in die ganze, diese ganze Welt gegangen sind und haben das Wort also gepredigt, haben das Wort also weitergegeben, haben die Lehre, also die Lehre weitergegeben, damit die Menschen die Lehre von Joshua, Maschia bekommen. Halleluja. Damit sie nach dem Wort des Herrn leben. Halleluja. Und das ist doch, was wir, wenn wir Apostelgeschichte lesen, also komplett alles lesen, dann sehen wir, dann sehen wir, wie die Jünger alles getan haben, das weiterzugeben, also die Lehre von Joshua, Maschia zu geben und auch danach zu leben. Halleluja. Wenn wir in Apostelgeschichte, Kapitel 11, also Vers, Kapitel 11 gehen wir, Vers, Vers 7, nee, Vers, lesen wir also ab Vers 19. Da gibt es also etwas, da wurden also die Christen zum ersten Mal, zum allerersten Mal, Christen benannt. Und das habe ich schon so oft, also hier, auf diese Sendung gesagt, wie ist es überhaupt zustande gekommen, die nun, welche sich, also ich bin jetzt in Apostelgeschichte, Kapitel 11, also Vers 19, die nun, welche sich zerstreut hatten, seit der Verfolgung, die sich, die sich wegen Stephanus erhoben hatte, zogen bis nach Phönizien und Zypern und Antiochia und redeten das Wort zu niemandem als nur zu Juden. Also, alle diese Städte sind in Europa, also es geht um Europa hier, diese Leute sind also nach Europa und dann haben das Wort gepredigt, haben das Wort weitergegeben, aber, aber der Fehler war, also dass sie sich, dass sie nur Juden das weitergegeben hatten. Da steht das Wort zu niemandem als nur zu Juden. Unter ihnen gab es aber einige Männer aus Zypern und Kyrene, die als sie nach Antiochia kamen, zu den griechisch Sprechenden redeten und ihnen das Evangelium von dem Herrn Jesus verkündigten. Und die Hand des Herrn war mit ihnen und eine große Zahl wurde gläubig und bekehrte sich zum Herrn. Und jetzt hatte das nicht mehr unbedingt nur mit Juden zu tun, also das steht dazu, zu den griechisch Sprechenden redeten, also Griech, Europäer. Es kam aber die Kunde von ihnen, also ich bin jetzt auf Vers 22, es kam aber die Kunde von ihnen zu den Ohren der Gemeinde in Jerusalem und sie sandten Barnabas, dass er hingehe nach Antiochia. Und als er ankam und die Gnade Gottes sah, freute er sich und er mahnte alle mit festen Herzen bei dem Herrn zu bleiben. Denn er war ein guter Mann und voll heiligen Geistes und Glaubens. Und es wurde dem Herrn eine beträgliche Menge hinzugetan. Also das heißt, viele Leute sind zu Glaube gekommen und dann eine Menge ist also dazu gekommen. Halleluja. Und Barnabas, also wir sind jetzt in Vers 25, und Barnabas zog aus nach Tarsus, um Saulus aufzusuchen. Vers 26. Und als er ihn, als er ihn gefunden hatte, brachte er ihn nach Antiochia. Es begab sich aber, dass sie ein ganzes Jahr zusammen in der Gemeinde blieben und eine beträgliche Menge lehrten. Also die waren dort in der Gemeinde, da gab es also viele, das waren verschiedene Leute dort in Antiochia. Und die haben die Lehre gegeben. Die Lehre, also was sie von den Jüngern, von den Aposteln bekommen hatten. Und die haben, also die Jünger von Joshua, alles was sie von dem Herrn bekommen hatten, haben sie das weitergegeben. Und diese Lehre wurde auch weiter und weiter gegeben. Und hier Paulus und Barnabas haben die Lehre auch weitergegeben. Alles was Joshua gegeben hatte, haben sie das weitergegeben. Halleluja. Die lehrten sie, die Gemeinde blieben und eine beträgliche Menge lehrten. Und in Antiochia wurden die Jünger zuerst, zum ersten Mal Christen genannt. Halleluja. Also, die haben die Lehre von Joshua Mashiach bekommen, die haben danach gelebt und so wurden sie Christen benannt. Die Leute haben einfach gesehen, wie sie gelebt hatten. Und diesen Begriff Christen habe ich das so oft schon hier gesagt. Christen sind Leute, die nach dem Wort, nach dieser Lehre, nach Joshua Mashiach leben. Und so wurden sie Christen genannt. Die Jünger. Joshua Mashiach. Aber, was sehen wir also heute? Wir haben also Leute, die sich als Christ bekennen. Und, ja, deswegen sage ich also, dass die Kirche, die Gemeinde heute, krank ist. Die Gemeinde berührt sich nicht mehr auf die Lehre von Joshua Mashiach, das Wort des Herrn. Das Wort des Herrn. Und dann werden wir, wir treffen also Leute, wir diskutieren stundenlang und die Gemeinde hat nicht mehr dieses Fundament. Dieses Fundament, also von, 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 von unser, wie sagt man das also, von den Jüngern Christen, was sie damals auch bekommen hatten. Das Fundament wurde komplett zerstört. Das ist doch, was die Bibel uns sagt, also in, in, in Psalm, ähm, in Psalm 11, hm? In Psalm 11, glaube ich, Psalm 11, ähm, Psalm 11, Vers, äh, ist das also Psalm 11? Ja, genau. Psalm 11, Vers 3, ja, genau. Psalm 11, Vers 3. Wenn die Grundfesten angerissen werden, was soll der Gerechte tun? Was soll der Gerechte tun? Also die, diese Grundfest, dieses Fundament, also wurde komplett, äh, gerissen, zerstört, oder, geschüttelt, und, äh, und dann, die Leute, die Leute wissen nicht mehr, was ihr Fundament ist. Die wissen nicht mehr, was ihr Fundament ist. Und deswegen sehen wir also so viele, ähm, Diskussionen, ähm, es gibt, es, es, was wir heute erleben, das sind Dinge, die, die, die die ersten Christen auch erlebt hatten. Die Leute glauben nicht, also, dass Joshua Maschia immer noch heilen kann. Die Leute glauben überhaupt nicht, also, dass, dass der Heilige Geist also immer noch wirken kann. Könnt ihr euch vorstellen, dass es heutzutage, heute, heute Christen gibt, die glauben nicht, also, an die Entrückung. Die glauben nicht, also, an die Hölle. Die glauben nicht, äh, die glauben nicht, dass Joshua wiederkommt. Die glauben nicht, also, dass es heute noch Apostel gibt. Dass es noch, dass es noch Propheten gibt. Dass es noch, dass es noch Heilungen gibt. Auf meine, früher auf unserer, äh, Internetseite hatte jemand mich, also, einen Artikel, also, hatte jemand mich, also, etwas geschrieben und gesagt, ja, Apostel gibt es nicht mehr. Diese Dienste, Apostel gibt es nicht mehr. Diese Dienste, also, von Propheten gibt es auch nicht mehr. Ne, das ist also mit, ähm, sind also mit der ersten Apostel gestorben. Fertig. Gibt es auch Leute, die sagen, dass, ähm, ähm, dass, dass Heilungen nicht mehr gibt, dass der Herr nicht, also, äh, heilen kann. Dass, sogar, dass Dämonen nicht, also, ausgetrieben werden können. Also, äh, Leute, warum? Woher kommen also diese Lehre? Woher kommen überhaupt diese Lehre? Das ist der Grund, warum wir sagen, zurück zum Wort, zurück zu Joshua Maschia, zurück zu unserem Fundament. Wer ist unser Fundament? Was ist unser Fundament? Unser Fundament ist Joshua Maschia. Es gibt kein anderes Fundament. Die Bibel sagt, es gibt keinen Grund, äh, Grundfesten, Grundsteingrund, keine andere. Nein, die Bibel sagt uns, also in 1. Korinther Kapitel 3, 1. Korinther Kapitel 3, Halleluja, danke Joshua Maschia. Ja, nehmen wir die Bibel, 1. Korinther Kapitel 3, ja, Vers, äh, Vers 11, da steht, da steht also Vers 11, denn, einen anderen Grund kann niemand legen, außer dem, der gelegt ist, welcher ist Jesus Christus. Es gibt kein anderes Fundament. Keine. Welches Fundament also wollen wir überhaupt noch, noch, noch legen? Es gibt keine andere. Also das heißt also, wenn wir von Joshua, wenn wir das Wort weitergeben, und deswegen sagte Paulus, ich predige Joshua, ich predige Jesus Christus, das Kreuz. Es gibt kein anderes Fundament. Die jüngeren Joshua Maschia, haben, die jüngeren Joshua Maschias, haben, die haben auch die Lehre von Joshua weitergegeben. Er ist das Fundament. Er ist das Fundament. Was können wir noch weiter predigen? Was sollen wir? Joshua hat geheilt. Joshua hat Dämonen ausgetrieben. Joshua hat Weissagungen gegeben, hat prophezeit. Joshua Maschia hat das und das und das getan. Liebe Geschwister, was wollen wir? Unser Vorbild, Joshua Maschia, Jesus Christus ist da. Das ist unser Vorbild. Das ist genau, was die ersten Christen weiter gepredigt hatten. Deswegen wurden sie Christen genannt. Es gibt keine anderen Fundamenten. Ja, okay, die Bibel sagt also in Epheser Kapitel, in Epheser Kapitel 2, Halleluja, oh Joshua Maschia, oh Joshua Maschia, in Epheser Kapitel 2, Vers 20, also Schlesapp Vers 19, so seid ihr nun nicht mehr Fremdlinge ohne Bürgerrecht und Gäste, sondern Mitbürger der Heiligen und Gottes Hausgenossen, auferbaut auf der Grundlage der Apostel und Propheten, während Jesus Christus selbst der Eckstein ist, indem der ganze Bau zusammengefügt wächst zu einem heiligen Tempel im Herrn, indem auch ihr mit erbaut werdet zu einer Wohnung Gottes im Geist. Also, liebe Geschwister, ist dieses Haus, wird dieses Haus immer noch weiter gebaut? Ja oder nein? Ja! Wir sind das Haus. Weil hier, er sagt, ihr seid nicht mehr Fremdlinge. Wir sind nicht mehr von einer anderen, wir sind keine Fremden mehr, wir sind Teil davon, Teil dieser Familie. Wir sind diese Familie, wir sind Hausgenossen, wir sind in dem gleichen Haus. Wir wurden, die Bibel sagt, also Vers 20, auferbaut auf der Grundlage der Apostel und Propheten. Die Apostel und Propheten haben von Joshua Maschia erzählt, die haben die Lehre von Joshua Maschia weitergegeben. Und das ist es. Die haben diese Grundsteine, die haben dieses Fundament gelegt, damit wir auch auf dieses Fundament bauen. In 1. Korinther Kapitel 3 sagt also, wir müssen aufpassen, wie wir darauf aufbauen. Dieses Haus, dieses Tempel, dieser heilige Tempel, wird weiter und weiter und weiter gebaut. Es ist also Wohnung Gottes. Wir sind diese Wohnung Gottes im Geist. Und dann gibt es also Leute, die glauben, die sagen, nein, nee, Apostel gibt es nicht mehr, Heilungen, Krankenheilen gibt es nicht mehr, Weissagungen, Prophezie, Prophezie gibt es nicht mehr, Propheten gibt es nicht mehr, nein, weil es war nur in der Zeit von Aposteln, Zeit von Jünger Joshua Maschia, aber glaubt ihr nicht, dass es bis heute Jünger von Joshua Maschia immer noch gibt? Was sind die Christen? Die Christen sind immer noch Jünger von Joshua Maschia. Also das heißt, diese Dienste, also von Propheten, diese Dienste, also von Aposteln, diese ganzen Dienste sind also mit der ersten Gemeinde einfach gestorben. Das ist der Schwachsinn. Das ist der totale Schwachsinn. Das geht total gegen das Wort des Herrn. Weil die Menschen, die Bibel sagt in Epheser Kapitel 4, dass der Herr diese Dienste gegeben hat, um die Erbauung der Gemeinde. Ist diese Erbauung der Gemeinde, geht es immer noch? Ja oder nein? Geht es weiter? Ja oder nein? Werden die Menschen immer noch erbaut? Ja oder nein? Nein. Aber, es ist, ich, wir verstehen, ich verstehe das einfach nicht. Was ist los mit der Gemeinde hier in Deutschland? Was ist überhaupt los? Was ist los? Die Leute lesen Bücher von, von irgendwelchen Theologen, statt das Wort des Herrn. Die Leute haben die Gemeinschaft mit dem Herrn verloren. und suchen immer Menschen. Und Menschen wollen keine Gemeinschaft mit dem Herrn haben. Was ist los, Deutschland? Was ist los, Europa? Was ist los in den Nationen? Wo ist Joshua Maschiah? Gestern, als wir für die Erweckung in Deutschland gebetet haben, ich habe so geschrien und sagte, wo ist diese Kraft, der Heilige Geist in der Gemeinde? Wo sind die Menschen, die an Joshua Maschiah glauben? Wo? Die Bibel sagt, die Bibel sagt, hier sind die Werken, die Werken, die die Christen folgen werden. Liebe Geschwister, Oh, das ist, das ist, das ist, in, 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 in Markus, Markus Kapitel, Kapitel 16, Markus Kapitel 16, Joshua, hatte was an die Jünger gesagt. Halleluja. Und, also Vers 15, und er sprach zu ihnen, geht hin, in alle Welt, und verkündigt das Evangelium, der ganzen Schöpfung. Er hatte das, was an die Jünger gesagt. Wer glaubt und getauft wird, der wird gerettet werden. Wer aber nicht glaubt, wer aber nicht glaubt, der wird verdammt werden. Vers 17, diese Zeichen aber werden die begleiten, die gläubig geworden sind. Im Namen, in meinem Namen, werden sie Dämonen austreiben. Also, heißt das, in dem Namen des Herrn, Dämonen austreiben, das hatte nur mit den Jüngern, nur mit diesen Leuten zu tun? Sie werden in, in neuen Sprachen reden. Hatte das nur mit diesen Christen zu tun? Diese Jünger zu tun? Und nicht vergessen, als er da gesprochen hatte, da gab es nicht nur, wir denken immer, es sind da so zwölf, nur die zwölf Aposteln. Nein, da gab es da so viele andere Jünger dabei. Gut, die hatten nicht also diese, die wurden nicht also als Aposteln benannt, aber es gab da so viele Jünger dabei. Und diese Jünger, diese Leute, die an Jesus, Joshua, Maschia geglaubt hatten, er hatte gesagt, hier sind die Zeichen. Hier, und die, die gläubig worden sind, so werden sie, wenn sie auch tun, nicht nur diese Leute. In meinen Namen werden sie Dämonen austreiben, sie werden in neuen Sprachen reden, Schlangen werden sie aufheben, und wenn sie etwas Tödliches trinken, wird es ihnen nicht schaden. Kranken werden sie die Hände auflegen, und sie werden sich wohl befinden. Der Herr nun wurde nach... Also, das alles, was er gesagt hatte da, die Jünger, Joshua, Maschia, haben das erlebt. Nicht nur die Apostel, nicht nur die zwölf Apostel, das erlebt hatten. Nicht nur die zwölf. Also sowieso, wir können nicht mal also zwölf sagen, weil eine sowieso, also, eine war von dem Teufel, und hatte sich also das Leben genommen. Und die müssten also den zwölften ersetzen. Aber, man sieht also, wie die Jünger einfach gegangen sind, und haben das Wort gegeben, und es gab Feuer, es gab also Heilungen, es gab Wunder und so weiter. Haben das nur die zwölf gemacht? Als Jesus sogar die Apostel, also, er hatte die zwölf also gesandt, und die sind gegangen, und dann kamen sie zurück und sagten, Herr, die Dämonen, sogar böse Geister, böse Geister wurden uns untertan, also die wurden, die wurden also ausgetrieben. Und diese Judas, der Judas, der auch so, der auch falsch war, hatte auch diese ganze Zeichen gemacht. Er hatte auch Dämonen ausgetrieben, weil die Bibel sagt, also alle zwölf sind gegangen. Also, liebe Geschwister, was ist los mit der Gemeinde? Also, wofür beten wir überhaupt, also für die Erweckung? Wir beten für Erweckung, damit die Menschen zu Joshua-Maschia kommen, aber damit die Gemeinde, die richtigen, die echten Christen, erleben, was Joshua-Maschia für sie, für sie schon auf den Weg gelegt hat. diese ganz, damit die Christen auch das Wort des Herrn wirklich erleben. Dämonen austreiben, Kranken heilen, diese Zeichen, alle, also, dass die Menschen das Wort bekennen, dass die Schuppen von den Augen einfach fallen, dass sie die Wahrheit, dass sie Joshua-Maschia auch erkennen. Aber viele haben diese Macht verloren. Kein Wunder, wenn wir, jetzt verstehe ich, warum die Gemeinde so krank in Europa ist. Jetzt verstehe ich, warum die griechische, die griechische Gemeinde hier in Europa so krank ist. Diese Zeichen, diese Wunder, das Ganze, diese, diese, wie sagt man das, die Bekehrungen und sowas, erleben wir überhaupt nicht mehr. Das sehen wir nicht. Warum? Die Leute haben Angst. Die Leute wollen nicht, also, das Wort des Herrn genau erleben. Das Fundament wurde erschüttert. Dieses Grundfesten, diese Grundsteine, dieses Fundament wurde weggenommen. Die Lehre von Joshua-Maschia. Und deswegen sagen wir zurück zum Wort. Zurück zum Herrn. Zurück zu unserer Joshua. Wir haben uns also entfernt. Und die Kirche ist krank. Krank. Die griechische Gemeinde ist krank. voll mit Sünde, voll mit falscher Lehre, voll mit, ähm, also, Dreck. Wie wollen wir Erweckung in Deutschland so erleben? Täglich sterben Leute ohne Joshua-Maschia. Und schlimmer noch, sterben Leute, die sich also als Christ bekennen, die sterben in der Sünde. Weil sie falsche Lehre bekommen haben. Falsche Hoffnung. Denken, dass diese Theologen, die jahrelang an der Uni Theologie studiert haben, sie das das Wort predigen können? Nein. Die haben ihre Köpfe, ihre Gehirne volle mit, mit, sogenannten, weiß, äh, äh, sogenannte, äh, Erkenntnisse von dieser Welt bekommen. Wissenschaftliche, ähm, Lehre von, 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 von Theologie und so, und denken, dass sie das Wort des Herrn kennen. Die sind selber nicht mal bekehrt, glauben nicht mal an was sie lesen. Und das wollen sie weitergeben? Wie kann ein Mensch, der nicht mal bekehrt ist, der nicht mal Joshua Maschia angenommen hat, der nicht mal die Lehre von Joshua Maschia, der nicht mal, also wie sagt man, erneut durch seinen Geist das Wort predigen, das Wort lehren. Darum sagte uns also Jakobus in Kapitel, Jakobus in, 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 in Kapitel 3, ja, Jakobus in Kapitel 3 sagte also, nicht viele, es darf nicht also eine große Menge von Lehrern geben, werdet nicht, also Jakobus Kapitel 3 Vers 1, werdet nicht in großer Zahl Lehrer, meine Brüder, da ihr wisst, dass wir ein strengeres Urteil empfangen werden. Diese Leute, diese Theologen, die gehen an der Universität und studieren, studieren, studieren und selber nicht mal an Joshua glauben. Das ist genau das Problem, was wir in der ersten, also direkt nachdem, nachdem also die, also die ersten, die Jünger gestorben sind. Das sind also viele falsche Lehrer, falsche Theologen, die sogenannte christliche Väter, die Väter von der Kirchengemeinde, diese sogenannten Leute, viele davon waren nicht mal bekehrt und haben falsche Lehre verbreitet. Ja, dass die, dass Heiligung nicht mehr so wichtig ist, das blödlich, ja, dass die Gemeinde Christi, Apostel, Propheten, alle diese Dienste nicht mehr existieren. Die sind also direkt mit dem letzten, mit dem letzten Apostel gestorben, 100 Jahre nach Christus und 400 Jahren danach, weil die Bibel, weil, weil diese Kanon, also von der Bibel alles abgeschlossen wurde, die haben diese Bibel zusammengebracht und dann haben sie gesagt, okay, es ist Schluss, diese Dinge existieren nicht mehr und die sind, Joshua, Mashiach, wie viel Zeit habe ich noch, wie lange soll ich das überhaupt noch erklären, vielleicht muss ich also eine andere Zeit nehmen und das Ganze noch gründlich erklären. Gehen wir mal also in 1. Korinther Kapitel 13, liebe Geschwister, das ist, die Leute nehmen diese Kapitel, 1. Korinther Kapitel 13 als Basis, das ist, als Basis, dass, dass diese ganzen Werke, diese Dienste einfach nicht mehr existieren. Nehmen diese nur einen Vers, sogar der große, der große Johannes Calvin hat das auch getan. Er hat das auch getan und hat so eine große, riesige, falsche Lehre gebracht. Ja, natürlich war er Teil von der Reformation, also der Gemeinde, aber die haben auch selber Fehler gemacht. Die haben auch selber Fehler gemacht. Wie kann er also nur von 1. Korinther Kapitel 13, wo die Bibel spricht, von Liebe und 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 im Vers 8, die nehmen da steht das Vorläufige und das Vollkommene Vers 8, die Liebe hört niemals auf, aber seien es Weissagungen, sie werden weggetan werden, seien es Sprachen, sie werden aufhören, sei es Erkenntnis, sie wird weggetan werden, denn wir erkennen, also nur Vers 8, Moment, Moment, bevor ich weitergehe, die Liebe hört niemals auf, wisst ihr überhaupt, dass die Leute, die diese, wie sagt man diese Lehre von auf Englisch heißt das Sessionismus, Sessionism, die Leute, die da rein glauben, es gibt also zwei Gruppen heute, Sessionist und Kontinuist, 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 also die, die kontinuieren, also die gehen weiter, und die, die aufgehört haben, also das aufhören und das weitergehen, ach, Joshua, ah, das ist verrückt, hier steht die Liebe hört niemals auf, aber seien es Weissagungen, sie werden weggetan werden, okay, die Leute, die daran glauben, haben gesagt, ja, hier steht das in 1. Korinther Kapitel 13 Vers 8, Weissagungen, also Prophezeien und sowas, die werden aufhören, Sprachen, Zungenreden und sowas werden auch aufhören, und deswegen sind diese ganzen Heilungen, diese ganzen, wie sagt man, diese Werke der Heilige Geist, diese Kraft und diese ganzen Sachen, also Apostel, also diese Dienst von Apostel, Dienst also von Prophezie und was noch, alle diese Dinge sind nur mit der ersten Gemeinde gegangen und die haben aufgehört, die haben aufgehört, aber wenn man weiter liest, man kann doch nicht also ein Vers nehmen und sagen, okay, weil hier steht also weggetan, das heißt also es hat schon oft gehört, lesen wir Vers 9, also einfach weiter, sie werden aufhören, sei es Erkenntnis, sie wird weggetan werden, wieso haben sie diese Erkenntnis, das heißt Erkenntnis wurde auch weggetan, aber heute man erkennt immer noch, Vers 9, denn wir erkennen Stückweise und wie Weissagen Stückweise also okay, das heißt es wird Stückweise gemacht, wenn aber einmal das Vollkommene da ist, dann wird das Stückwerk weggetan, also Stückweise Weissagen Stückweise und und das wird weggetan, weil das Vollkommene gekommen ist. Was ist dieses Vollkommene? Was ist es für diese Leute? Das Vollkommene ist das Ende, ist das Vollkommene ist die Bibel, ist das Wort an sich. Die Bibel wurde dieses Kanon also von der Bibel wurde abgeschlossen mit der Lehre von den ersten Aposteln. Der letzte der letzte der hundert Jahre nach Christus gestorben ist war Johannes also als Johannes gestorben ist dieses Vollkommene also abgeschlossen. Es ist gekommen, Stück, fertig, bumm, da gibt's nichts mehr dazu zu bringen, da gibt's nichts mehr. Ja, das stimmt, das Fundament haben sie gelegt, die Lehre haben sie gegeben, alles, aber Paulus ist gekommen, die Jünger haben weiter gelehrt, wir haben die Lehre also von Paulus und 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 weiter, die erste Gemeinde hat also so viele Sachen erlebt, Apostelgeschichte haben wir, bis, also Jakobus und so weiter, die haben auch weiter gelehrt und dann wurde die Bibel abgeschlossen, zack, fertig und für sie, das ist das Vollkommene, das Vollkommene ist da und diese Dienste gibt es nicht mehr. Was ist das Vollkommene? Und da steht das auf Vers 11, als ich ein Unmündiger war, redete ich wie ein Unmündiger, dachte wie ein Unmündiger und urteilte wie ein Unmündiger all, als ich aber ein Mann wurde, tat ich weg, was zum Unmündigsein gehört. Vers 12, also wenn sie sagen, dass das Vollkommene, dass die Bibel an sich, die ganze Lehre von den Aposteln und alles abgeschlossen wurde, hier steht das in Vers 12, denn wir sehen jetzt mittels eines Spiegel wie im Rätsel, dann aber von Angesicht zu Angesicht, jetzt erkenne ich stückweise, dann aber werde ich erkennen, gleich wie ich erkannt bin, also das heißt, er wird richtig erkennen, alles besser sehen, und was ist es? Wenn das Vollkommene kommt, und wer ist das? Und Vers 13, nun aber bleiben Glaube, Hoffnung, Liebe, diese drei, die größte aber von diesen ist die Liebe. Liebe Geschwister, man muss also Vers 12 lesen, wenn man also Vers 12 liest, dann versteht man, das Vollkommene ist noch nicht gekommen, und das Vollkommene ist Joshua Maschia. Alle Christen hatten an das Wiederkunft, also Wiederkommen von Joshua Maschia geglaubt, wenn er wiederkommt, dann werden wir alles richtig sehen, wir sehen noch Stückweise, wir machen Stückweise, aber wenn das Vollkommene, wenn er die Gemeinde abholt, wenn er die Gemeinde holt und nimmt das mit sich, dann werden wir keine Prophezeiung, keine Propheten, keine Apostel, keine alle diese Dienste werden wir nicht mehr brauchen. Ach, ich würde da aufhören. Ich lasse das also für eine andere Lehre. Wir beten für die Erweckung in Deutschland, aber die Gemeinde, warum? Weil die Gemeinde krank, die Christen krank sind. Wir beten, dass die Kraft der Heilige Geist wirkt in der Gemeinde, wieder, wieder wirkt in der Gemeinde. Viele kristische Gemeinden heutzutage haben sogar Angst, Dämonen auszutreiben. Angst vor Hexen, Angst vor Satanisten, Angst vor Leuten, die keine Ahnung, weiß es nicht. Die Leute werden nicht mehr befreit. Die Gemeinde ist krank. Und deswegen müssen wir Buße tun, wie alle. Buße tun und zurück zum Herrn. Zurück zum Wort des Herrn. Und nicht diese Theologen, nicht diese ganze sogenannte Lehre, die geben Sachen, obwohl sie selber nicht mal bekehrt sind. Joshua Mashiach möge uns helfen. Und deswegen möchte ich alle hier in Deutschland ermutigen, dass wir weiter beten. Dass wir weiter für die Erweckung hier beten. Dass der Herr seine Leute, seine Kinder erweckt. Von dem Schlaf erweckt. Halleluja. Und dass wir wahre Bekehrungen sehen. dass wir einfach das Wort erleben, wie die Jünger das erlebt hatten. Die Jünger Joshua Mashiach in der Bibel. Wir wollen das. Ich möchte das. Halleluja. Joshua Mashiach segne uns alle. Amen.